Nachdem 2023 mit toller Musik von Emi gestartet ist, geht es immer weiter. Sie haut einen Song nach dem anderen raus und wir sind begeistert darüber. Wie sie sich weiterentwickelt hat, wird sie uns heute wieder im Studio erzählen. Welcome back, Emi! Hi Emi, es ist jetzt ein Jahr her, dass du hier bei uns warst. Erzähl mal, was ist eigentlich seitdem passiert? Boah, es ist wahnsinnig viel passiert. Ich war das erste Mal hier, kurz bevor der erste EP-Release anstand. Das ist krass, das ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her. Seitdem habe ich meine erste EP released, habe ganz viele weitere Produzenten und Songwriter kennengelernt, viele neue Musik gemacht und arbeite aktuell in meiner zweiten EP. Hast du dich in der Zeit auch irgendwie weiterentwickelt? Ja, ich merke das total. Also ich habe gelernt, noch mehr loszulassen, noch mehr von mir preiszugeben, was ich irgendwie ohnehin schon getan habe, aber es ist jetzt doch nochmal ein Schritt mehr. Ich habe nochmal mit ganz anderen Leuten gearbeitet, die auch nochmal irgendwie andere Dinge in mir erweckt haben, andere Sachen rausgeholt haben und man merkt einfach, dass man immer mehr irgendwie ankommt in dem, was man macht und ich liebe es jeden Tag mehr. Dann will ich gleich mal kurz nachhaken. Was haben die denn sozusagen bei dir erweckt, was die anderen nicht erweckt haben? Ich würde gar nicht sagen, was die anderen nicht erweckt haben, dass sie jetzt mehr irgendwie erwecken, sondern einfach, es ist so eine breite Sparte. Jeder holt irgendwie was anderes aus mir raus und jeder macht irgendwie nochmal was Neues mit mir oder wir machen gemeinsam neue Musik und es sind einfach nur immer noch weitere Facetten. Genau, ich würde das eher so, glaube ich, formulieren. Und welche Facetten waren das dann? Ich glaube, die erste EP war sehr viel melancholischer als die zweite, wenn man sich die so anhört. Zum Beispiel Guter ist ein Track, den man irgendwie, glaube ich, in der ersten EP gar nicht gefunden hat. Und das finde ich eigentlich voll schön, weil ich bin eigentlich ein extrem fröhlicher Mensch und das kommt jetzt nochmal viel mehr raus. Man lernt mich einfach von noch mehr einigen mehr Seiten kennen. Und jetzt dein neuer Song, 110 Prozent, ist ja ganz vorne mit dabei. Wann gibst du denn 110 Prozent? Ich versuche eigentlich immer 110 Prozent zu geben, wenn es irgendwie möglich ist. Also egal, was ich anfasse, ich versuche immer irgendwie das Beste aus mir rauszuholen, das Beste zu machen. Ja, deshalb eigentlich immer. Also ich versuche es zumindest. Dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal kurz rein, damit wir eine Ahnung haben. Emy, 110 Prozent. Du hast ja eben schon erzählt, dass du eigentlich immer 110 Prozent gibst. Gibt es aber auch Situationen, wo du aufgehört hast, 110 Prozent zu geben? Ja, das ist eigentlich auch die Message von 110 Prozent. Man kann immer versuchen, 110 Prozent zu geben. Aber wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo einem das eingeredet wird, dass man das immer muss. Und ich hatte eben oft das Gefühl, ich muss das jetzt machen. Ich glaube, jeder kennt das irgendwie so sonntags. Man ist zu Hause und macht eigentlich nichts und man hat mega das schlechte Gewissen und man denkt, aber eigentlich hätte ich jetzt noch dies und das machen können. Und das soll eigentlich dieser Song aussagen. Klar, man kann versuchen, 110 Prozent zu geben, aber man kann auch nur 110 Prozent immer geben. Wenn man sich Momente schafft, und das ist bei jedem anders, ob das mal ein Tag ist oder mal eine Woche oder auch mal nur ein, zwei Stunden, indem man runterkommt oder indem man sich seine Auszeit nimmt, ob das jetzt Feiern ist oder ob das Buchlesen ist oder whatever. Man kann dieses Level, alles geben zu wollen, nur halten, wenn man sich Momente der Auszeit gönnt, um die Batterien wieder aufzuladen, um überhaupt dieses Maß erreichen zu können. Und das ist eigentlich die Message von dem Song. Ich gebe immer 110 Prozent, sondern wenn du es willst, dann pass aber auch auf dich auf. Und ich hatte dieses Jahr echt eine harte Zeit. Ich hatte in der Familie ein paar Schicksalsschläge und es war nicht ohne für mich. Und auch ich musste mich immer wieder daran erinnern, ey, du darfst auch mal Momente haben, in denen es dir nicht gut geht oder Momente, wo du dich rausnimmst. Das ist super wichtig, weil sonst kannst du das nicht durchhalten. Und ja, ich glaube, dass sich jeder diese Momente einfach mal nehmen soll oder nehmen muss. Und darum geht es eigentlich auch in dem Track. Und du hast ja auch sehr interessante Themen. Also es ist schon immer so ein bisschen Liebesstory mäßig, aber nicht auf dem klassischen Weg. Ist dir das wichtig, das so ein bisschen zu verpacken? Boah, das ist eine gute Frage, weil ich setze mich eigentlich nie hingezielt und sage, okay, was ist jetzt eine Story, die man noch nicht erzählt hat oder ist eine Story, die mir vielleicht gut ankommen würde. Sondern es ist wirklich so, ich erlebe Dinge und die machen was mit mir. Und früher oder später schreibe ich mir Dinge dazu auf und dann entsteht vielleicht ein Song draus. Also ich gehe da gar nicht so gezielt dran, dass ich sage, ah, warte mal, das könnte aber irgendwie eine coole Sache sein oder so. Du hast bei unserem letzten Besuch erzählt, dass du komplett die Hosen runterlässt, wenn du sozusagen das Songthema ansprichst. Ja. Wie leicht fällt dir das? Das kommt natürlich immer voll auf das Surrounding an, mit wem man so im Studio sitzt oder wo man da noch immer sitzt. Ich hatte schon ein, zwei Sessions, da fiel mir das nicht so leicht, weil ich mich nicht ganz so verstanden gefühlt habe oder nicht ganz so wohl. Das ist aber die absolute Ausnahme. Eigentlich bin ich immer mit coolen Leuten im Studio, immer mit coolen Leuten irgendwie am Mucke machen. Und da fällt es mir eigentlich relativ leicht, weil ich weiß, wofür ich es mache. Und am Ende kommt auch meistens was Nices bei raus. Und die Sessions, wo ich mich meistens nicht wohlfühle, dann kommt da noch meistens kein geiles Produkt bei raus. Aber meistens fällt es mir sehr leicht und tut mir auch gut. Und wie reagieren deine Gegenüber dann sozusagen darauf, dass du dich so öffnest? Boah, ich glaube, das ist ein Stück weit normal. Also wenn du über was Persönliches schreiben willst, dann musst du das ja machen. Du kannst nicht sagen, ja, ich will jetzt einen Song über einen Heartbreak schreiben. Willst du, dass es deine Story ist, ohne was zu erzählen? Das heißt, ich glaube, es ist schon so ein normaler Prozess, wenn du das so machen willst, so autobiografisch vor allem, weil du dir ja keine Story ausdenkst. Das heißt, ich muss sie ja irgendwie da auch darüber informieren, worüber ich schreiben will, wenn ich das mit denen zusammen machen möchte. Wir haben noch Lust auf einen weiteren Song von dir. Du hast ja ganz viel Auswahl, aber wir möchten sehr gerne Guter hören. Deswegen jetzt hier für euch Guter von Emi. Du hast ja schon vor Shirin David von Matcha Latte auf Eis gesprochen. Wie ist der Song entstanden? Wie ist der Song entstanden? Ja, tatsächlich ist der so entstanden, dass ich gesagt habe, ey, ich will auch mal die andere Emi-Seite zeigen. Ich habe bei der letzten EP sehr viele melancholische Tracks gehabt und ich bin das auch, zu großen Teilen, aber ich bin auch jemand, mit dem man echt krass viel Spaß haben kann. Wirklich, es ist ein ganz großer Teil von mir, eigentlich der größte. Und ja, das wollte ich in einen Song verpacken und habe überlegt, okay, was mache ich denn da, wenn ich so einen guten Tag habe? Und all das, was ich da machen würde, die schlechten Dinge beiseite packen, irgendwie die Homies einpacken und irgendwie eine gute Zeit haben, ganz egal wie, wann, wo. Und das ist dann irgendwie der Track geworden und so ist auch das Video entstanden. Ich habe tatsächlich die Video-Jungs eingepackt, die auch meine anderen Videos produziert haben ab Persona no Grata. Ich habe gesagt, wir fahren nach Berlin, wir nehmen ein paar Kameras mit und haben eine gute Zeit. Wir filmen einen Tag lang durch und am Ende schneiden wir die witzigsten Szenen zusammen. So ist auch das Video geworden. Es ist super authentisch, es ist nichts inszeniert. Ich habe zum Teil die Kamera gehalten. Jeder hatte mal die Kamera in der Hand und es war eine mega Zeit und es war eins zu eins dieser Track auch. Es war mega nice. Und du bist ja auch sehr viel bei TikTok unterwegs. So eine kleine Persönlichkeit. Hilft dir das eigentlich in der Reichweite für deine Musik? Ja, ich glaube, das ist wichtiger denn je. Also du hast halt eine mega coole Möglichkeit und man versucht, dich natürlich auch zu nutzen. Mir macht es auch Spaß, auf TikTok irgendwie am Start zu sein, auf Instagram. Und guckt dann auch immer, okay, was ist da möglich, was kann ich machen und so. Und habe da auch Bock drauf, aber ich glaube schon, dass es auch gerade heutzutage super, super wichtig ist. Und ja, also kommt bei TikTok und Instagram vorbei. Ich bin da. Ich bin auf jeden Fall schon da. Sehr cool. Aber ist das auch persönlich was für dich, also dass du gerne da sozusagen dich und deine Welt da teilst? Ja, also es macht mir Spaß. Ich finde es auch immer cool, wenn Leute irgendwie schreiben und dadurch vielleicht auch meine Musik entdecken, was ja auch richtig cool ist. Ich meine, ich teile da meine Mucke, aber auch was aus meinem Alltag. Ich gehe selber immer auf den Flohmarkt. Wenn ihr aus Hamburg kommt, ich empfehle euch den Nachtflohmarkt an der Rindermarkthalle. Und es ist auch cool, wenn man dann irgendwie mal so Privatmessages bekommt von Leuten, die das irgendwie sehen und dann irgendwie auch vielleicht mit der Musik bonden oder so. Und da freue ich mich auch immer sehr, gar nicht nur darüber, dass ich mein Shit da hochlade, sondern auch, wenn ich irgendwie Rückmeldungen und Nachrichten von den Menschen bekomme, die mir dort oder die mich dort verfolgen. Und du bist ja jetzt auch schon sehr gut in der Musikbranche gestartet. Gibt es etwas, was du dir noch so wünschst, wo es nochmal so hingehen soll? Also ich habe kein finales großes Ziel, dass ich sage, okay, da muss ich irgendwann mal landen oder da will ich irgendwo mal landen, da will ich mal gespielt haben. Und die Streams will ich mal gehabt haben, das gar nicht. Ich schaue eigentlich immer so von Tag zu Tag, was gibt es für Möglichkeiten, was sind Dinge, die ich machen will oder kleine Ziele, die ich erreichen will oder so. Aber das Hauptziel ist es halt einfach, jeden Tag zu versuchen, mehr Menschen mit meiner Musik zu bewegen. Das ist, glaube ich, so das Tagesziel, was ich mir immer setze. Und ja, da geht es immer weiter dann. Also ja, einfach am Ball bleiben und Stückchen für Stückchen immer mehr sozusagen. Gibt es dann coole Aussichten für die nächste Zeit? Ja, ich spiele zum Beispiel am 12.10. eine Show im Knust in Hamburg. Und zwar die Bernstein war 25 Jahre Geburtstag, da darf ich auftreten. Außerdem kommt aber jetzt auch bald meine zweite EP, worauf ich mich sehr, sehr freue. Das merkt man auf jeden Fall schon, die Vorfreude von dir. Ja, ich freue mich sehr. Denn vielen lieben Dank für das Interview und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja in einem Jahr wieder. Hoffentlich. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Egal, was sie vorhat, es wird gut, denn Emi geht ihren Weg vor unseren Augen. Wir können dabei sein, wie sich eine junge Frau mit und durch ihre Musik entwickelt und werden noch viele Highlights erleben. Hier ist Emi und ihr schaut Bubblegum TV. Auf Cheung. Bis zum nächsten Mal. I wonder ihr seht. Bis zum nächsten Mal.